Willkommen zurück zu Dark Souls und diesmal schauen wir beide in dieser gottlosen Welt, was wir da wunderschönes erleben werden. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Und ich hoffe, es ist der richtige Weg. Ja, nein. Äh, wer auch immer das war? Bitte hören Sie auf. Ah, hübsch. Hübsch. Äh, ich komm hier irgendwo. Och, nö. Nö, 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 nö. Dies ist doch nicht so schön. So. Come on. Au. Mal lachen Sie mal, als ich gedacht habe. Bitte erst auf den Schwanz. Ah, seine lahmarschigen Angriffe sind ein bisschen... Au. So, so der Wolkenparieren ist der exakt. So, dann gehen wir mal weiter. Au. Ich komm gleich runter zu euch. Ich komm gleich runter zu euch. Oh. Oh, wir kriegen auf jeden Fall viele Seelen. Das freut mich. Ah. Hallo, ladies. Tschüss. Jetzt brauchen. Du die erst. Ha, 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 ha. Die hab ich weggefetzt. Oh Gott. Ihr könnt auch Feuer. Also, geil, jetzt gespeckt der Pelé oder was hier? Ich denk mal nicht, dass ich den backsteppen kann. Warum ist da eigentlich so viel Müll hier? Heiß, 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 heiß. Hau. Nein, 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 nein. Das war mal... Äh, cut. Ah, wollen das wieder den Scheiß machen. Nicht mit mir. Das ist da so viel... Toll hier. Da war ein Schiffel hier. Was denn los? Interessant auf jeden Fall. Gar kein Fan von dieser Scheiße. Moin. Hau. Hau. Äh, nein. Nicht von den Damen. Nicht von den Damen jetzt. Bitte töten lassen. Dankeschön. Sind nur normale Bomben. Au. Ihr habt mir viel zu viel Schaden. Deutsch, der meint. Tom, Tom. Ja, schau mal. Oh nein. Ich hoffe, ihr beide lebt nicht. Oh. Eine rostige Münze. Oh, doch mal nix. Äh, die zwei leben doch. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Weil wir haben hier viel Platz zum Kämpfen. Du dey. Du dey. Noch ne Münze. So. 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 Was ist einfach nur in der Trap? Na gut. Ist auch nix. Okay, ihr wollt nicht. Äh, umso besser. Hab ich nichts dagegen. Ah Gott. Bosskampf. Gar kein Fan davon. Ach du Schierpinski. Ah, und ne Kiste. Oh Gott. Oh Gott. Er lebt. Aber anders, als ich mir das jetzt erwarten bin. Oh, wie soll. Das ist grad ein bisschen. Ich weiß ja auch nicht. Nicht so geil. Ich weiß ja auch nicht. Aber jetzt kann ich mir das jetzt auch stattfinden. Sure ist nicht so Au. Au. Aua, 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 aua. Aua, aua. Au, aua. Au, aua. Ich hab' ich mal die Lady Duck töten. Danke. Au. Ah. Ah. Gut. Ja, bevor ich die Monster mag, geh' ich noch mal zurück hier. Das könnt ihr ja sowas von vergessen. Aber da gibt's auf jeden Fall noch eine Kiste. Das wird wahrscheinlich schon eine Mimic wieder sein. Und da will ich jetzt mal die Ladies killen. Sonst kommst du mit deinem Feuer bei Jung. Na, das ist noch eine Kiste. Das sind viele Kisten. Moment, ich hab' keine Zeit. Au. 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 Yes. Tech-TV oder was? Wuh. Au. So. Das ist immer noch Feierabend hier. Ach du Scheiße. Das sind drei Kisten. Gut. Eine Glut hätten wir. Machen wir sicherheitshalber noch einmal. So. Die anderen Kisten müssen wir aufpassen, wenn wir die nicht berühren. Oh. Er will Liebe. Au. Oh Gott. Der wollte mich umarmen. Oh. Gibt's Schild. So. Und du? Hab' mir schon gedacht. Au. Oh. Ich hab' geblockt, aber das interessiert halt Null. Oh Gott. So. Damit hätten wir keine Heilung mehr. Und jetzt auf zum Boss. So. Äh. Natürlich nicht. Ich hoffe das ist äh. Äh. Verschippert von der Lee. Äh. 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 Heimatknochen? Haben wir ja einige. Äh. Letzter Rast. Ich hab' so viel zählen. Äh. Äh. 50.000. Wird ich jetzt. Sehr, sehr, sehr ungern verlieren. Aber. Sehr ungern. Aber. Moin. Ich hab' level ups. So. Nehmen wir mal. Gehen wir mal. Ein bisschen auf Leben. 10.000. Wie sieht es in da aus. Ihr wundert wer sitzt da aus? Macht er schon? Gott. Ein bisschen Leben wird auf jeden Fall nicht schaden. Schade. Hm. Gott. so wie komme ich jetzt noch mal dahin wo ich hin will das problem ist eine barrikade haben wir auf jeden fall mindestens eine der lässt mich da nicht durch bevor ich einen tot stürze das ist einfach nur ein wenig komisch geschimmert obwohl scheiß drauf oder wenn er weg fliegt er wollte auch viel drauf jumpen aber das ist auch eine lösung sonst hätte er nämlich den weg blockiert so dann machen wir den boss habe ich gehört ich bin gespannt wenn ihr da alle anbetet ich gehe da einfach rein wen betet ihr da an schalalalala wen betet ihr denn an schalalalala das ist johm der riese ah ja okay dann weiß ich was ich zu tun habe überleben ich glaube ich meine ich will starten das habe ich mir gedacht aber hier gibt es ein item das problem ist was sieht das doch mal aus Weißt du was, tut mir zwar leid, aber ich brauche da auch ein bisschen Zeit, dass ich die Waffe auch ausrüsten kann. Weil ich jetzt nicht genau weiß wie die jetzt aussah. Das ist ja ok. Habe ich jetzt eine Fat Roll? Ja ich habe eine Fat Roll. Das heißt wir tun mal das weg. Das ist in Ordnung. Ich will mal kurz schauen, ob ich die Waffe ein wenig aufwerten kann. Wenn es so kleine Titanitschirmen und so weiter benötigt. Ich habe eh genug, brauche ich nichts mehr. Dann können wir es machen, aber wenn es hier besondere Sachen sind, dann belast es dabei. Ich weiß aber auch nicht, wie der Angriff gegen Stärken. Nö. Ne, dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht. Es gibt irgendeine Kombination. Wie kann ich dachten. Ein Großschwert des Schwarzen Ritters, die das Land im Kampf gegen Chaos-Dämonen durchstreiten. Sein Angriff verringert deutlich die Balance, was erklärt, wie die furchtlosen Ritter so große Gegner besiegen konnten. Fertigkeit, Druck, halbe Willen. Erhebe das Schwert im Namen des ersten Fürsten und erhöhe kurzzeitig die Balance. Mindert bei Aktivierung den Schaden. Ich weiß auch nicht, ob ich das nur beim Boss machen kann, den Angriff. Oder ob ich das so machen kann. Ich muss auf jeden Fall irgendwie aufladen. Es muss stackern und dann... Naja, wir schauen nochmal. Erstmal eine Ebene, wo ich gut stehen kann. Dann schauen wir mal, ob ich irgendwas machen kann. Und sonst müssen wir es halt beim Boss probieren. Okay, wir müssen L2 drücken. Dann muss ich... Ah ja. Okay, wir müssen L2 drücken. Okay. Ich habe verstanden. Aber was ich noch wissen wollte... Okay, das geht auch mit einer Hand. Spaß ist aber mal bei dem Test. Okay. 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 Lass mich gut. Dann halt mit. Auf. Ach, ich kann das aufladen und dann irgendwann aktivieren? Okay. Ne, ich muss zwei Hand machen. Ne Quatsch. Ja, ich muss mich erstmal da... Okay, ne. Es muss mit zwei Hand sein. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Aber anscheinend kann ich das speichern. Flügel. Okay. Dann ist es los. Und irgendwann... Nebeln und rausschwacken. So. Vielleicht brauche ich ein wenig mehr. Neee. Ich will doch nochmal testen. Ja. Ist in Ordnung denke ich aber... Wink? Oh Gott. Ich würde gerne erstmal meine Waffe aufladen. So mein Freund, jetzt wird's episch. So ihr wisst, was ich jetzt nicht... Au. 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 Ei, ei, ei. Wie funktioniert das jetzt nicht so, wie ich das hätte? Jetzt haben wir's. Muss gar aus der Distanz dann machen. Funktioniert aber nur bei dem Wortkampf. Er glüht auf jeden Fall der Freund. Au. Au. Oha. Heilige Maria. Hat aber auch ne gefährliche Rage hier. Au. Au. Der macht einen Schaden ey. Das ist ja auch ein Riese ne. Ist ja auch ein Riese. Zweite Runde und wir sind dabei. Gut, ja. Oh Gott, da ist kein Platz zum Ausweichen hier. Oh Gott. Aber was haben wir zu Glück entwickelt? Oh Gott! Oh Gott, da kommen wir dazu mal zurück aufzuladen. Auf. Oh Gott! Oh Gott. Gut, ja. War auf jeden Fall schade. Noch ein Fist, es fehlt uns nur noch einer. Oh, kotze. Oh Gott. Oh Gott, ich hätte gerne den Raffnervener kunde, der war okay. Der hat halt nicht. Bonfeuer? Nein? Hm. Braucht, Braucht, ich kenne. Moin. Prinz Lothric ist in deinen Händen. Bitte save his soul. Na, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Tell him, what he must be a law. Weg in der Gelübden. Der blaue Faust. So, jetzt nehmen wir erstmal die Waffe wieder weg und nehmen meine Schwarzklinge. Gott. Da hält man den Riesen. Und wir haben einen Bogen. So, jetzt kommen wir mal in die Scheiße. So, dann, wir werden mal in der Daumen. Dann kommen wir mal in die Straße, dann kommen wir mal in die Tür. Okay, wenn man den Riesenklinge anschaut. Dann sind wir mal. Okay, wir kommen. Dann kommen wir mal. Und, bitte coloured sind. Ja, ich hoffe, was aber dann weg. Dich kommen. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit, Entschuldigung, ich wollte jetzt keinen zweiten Boss haben, vor allen Dingen mir fehlen Oh Gott, noch ein Bosskampf Oh Gott Alter Ich war gar nicht bereit von weiteren Oh Gott, er hat noch einen Schwer Oh, die berühmte Weltblätter-Tacke Die weltberühmte Weltblätter-Tacke Ja, da weiß ich ja, was wir genau im nächsten Part machen werden Na ja, wir sehen uns im nächsten Part